Hallo, ich bin die Linda und herzlich willkommen beim LCD TV, das heißt Lindas Cats Dogs Travel Vlogs. In dieser Videofolge Nummer 27 der Kategorie meiner Katzensammlung kannst du metalen, vielfarbige Katzen bewundern. Vielleicht möchtest du mehr über diese Katzensammlung erfahren, insbesondere darüber, wie sie zum Beispiel Ende der 70er Jahre entstanden ist und inzwischen auf über 6300 Stück angewachsen ist. Es gibt verschiedene Kategorien, Katzen aus Holz, Stoff, Metall, Keramik, Glas, Kunststoff, Porzellan, Ton, Plush, teilweise zum Beispiel mit Blumen oder mit Kätzchen und von ganz kleinen bis hin zu supergroßen Katzen. In alle Kategorien findest du Katzenfiguren, die ich von vier Seiten fotografiert habe. Außerdem ist angegeben, in welcher Stadt und in welchem Land ich diese Figuren gekauft habe oder wem sie mir möglicherweise geschenkt hat. Darüber hinaus gibt es auch viele Fotos von alle echten Katzen, die es in mein Leben gab. Also besuche gerne meine Website catmuseumtomi.com Wenn dieses Video dir gefällt, lass dann bitte einen Daumen hoch. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnieren könntest. Und wenn du die Glocke unteraktivierst, werdest du automatisch benachrichtigt, wenn neue Videos veröffentlicht werden. Unter diesem Video kannst du gerne deine Kommentare hinterlassen. Im Moment wünsche ich dir viel Spaß beim Anschauen und hoffentlich bis nächste Folge in dieser Serie oder natürlich irgendwo anders beim anderen Video auf meinem Kanal. Liebe Grüße von Linda Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.